war noch vom letzten mal offen das ist meine maus so langsam vielleicht hast du so in minecraft einstellungen irgendwie langsamer gestellt die läuft nur 100 prozent okay aber ich bin gewöhnt das ist ein bisschen schneller er ist bloß leider nicht mehr wofür ich den cleanstorm brauchte ich würde mal interessieren wo meine stromleitungen sind toll Cassie hat geklaut was muss an strom ran der generator das teil war schon in der okay Cassie ist da laubsauger ja und was ich noch fragen wollte brauchen wir eher lead oder silber das ist eine gute frage wenn ich mich weh bautisch ob so ich hasse diesen stern das kriegst du von der seite strom oder der de composer das ist eigentlich egal okay glaube ich mal ähm insert hat noch strom äh ich hänge unterm stern kann mal jemand den stern bitte rausnehmen okay der zieht mich trotzdem ne jetzt äh dann kommt das da und da und da das eine müsste dahinter bleibt offen gut ganz wieder reinsetzen okay angst schön hast du gesehen ich habe draußen eine baumfarm gesetzt du warst das letzte dabei kannst du die geste aber ich habe noch was für dich eingesammelt dass das steuerung ich glaube wir brauchen kohle extra also ich müsste jetzt einen hier 1 kraft da machen damit ich in die treibt zwei kraft kriegt und entweder einen transfer not items oder energie konditionen gesundheit ich bräuchte so macht es doch wenn du das brauchst ich sei die frage ob wir entweder energy konditionen oder alten transfer notes brauchen energie konditionen zwei item items kann man ja mit hin und her transportieren per hand so questbuch wo war ich das letzte mal stehen geblieben ich würde mal interessieren ob die kessie was sagt oder mit absicht leise ist kessie dass das test ja sie kann reden warum so leise heute wer ist denn hab was du hast gegessen halsschmerzen ja dann erst recht reden los ja aber dann ja dann redet irgendwas was soll ich denn reden ähm keine ahnung irgendwas wow gerade steine das kann ich sagen da kam aber nichts raus das geht jetzt los wie beim letzten mal das das wird wahrscheinlich genauso enden einer wird definitiv heute wieder sterben ja so will ich uns kennen das ist erst mal wieder vollbildmodus ich hab mich in eine feindliche base eingeschlichen scheiße der stern zieht mich an ich verstehe gerade mit taillux in der base da rennt er erst mal eiskalt an mir vorbei darf ich mir vier eisen und zwei lapus nehmen natürlich schon wieder 29 holz aber so viel eisen es bereits verkraftet wie verkraft was hast du gemacht damit ich die quest abschließen kann muss ich einen crafter kraften ach so wir brauchen für kompressor für eine quest und kriegen drei eilböcke der kompressor braucht aber ein dingens wie ist das gold nee piston und ich glaube ein ambas habe mich nicht alles täuscht ich habe iron upgrades und da brauche ich natürlich auch ein bisschen was in dir ich habe eine bergbank gemacht ach du scheiße das war das hier da brauche ich einen eisenblock eine eisenachse und sechs eisen ingots für das upgrade stein und eisen für das ding brauche ich brauche sechs eisen und zwei gold cassie wie weit bist du vier heim und ohr und dauern schneller los ja ich weiß gar nicht was ich jetzt machen soll ähm automatic sea was brauchen das helfen wir doch äh nö keine lust das brauchen normales oak sea vier eisen vier eisen nuggets und ein glowstone wir mal das eisenohr und das goldohr zu was du schon hast bitte ein iron ich habe kein gold tut mir leid da kriege ich gerade mal eh ein eisen raus das ist ja das ist ja nee ähm kassie du musst dich mehr ins zeug legen kannst du mir ja helfen immer noch äh dann geht's schneller warte warte hör mal auf hab dir geholfen so aber dann auch nicht rummeckern dass wir keine ärzte haben doch ich darf meckern ich darf meckern ich bitte essen danke nö du darfst nie essen naja ant�cera also hier töten dürfte aus und bei der ich kann das B was Doch, Luft. Ich... Ja, an sich verlieren wir ja Luft. Also das ist egal, wo wir sind. Ja. Ja. Okay. Du kannst aber auch noch mehr verlieren, wenn du das möchtest. Also, ich töte dich gerne. Nee, danke. So, das brauche ich. So, das... Und diese... Hat er ja noch Pfeile? Kanister, nein. Ach, wir haben ja gar keine Hühnchen. Wo sollen wir Hühnchen herbekommen? Spawneier. Wo kriegen wir Spawneier her? Quests? Genau. Wo kommen... Eis bekommen. Wo kommen die Quests her? Buch. Wo kommt das Buch her? Jetzt wird nicht über Fragsysteme überladen. Das haben wir von Anfang an. Meine ganzen Kekse sind gerade gefahren. Ja gut, ruf deine Hunde dazu, die essen, das bestimmt gerne. Hm, nein. Ich brauche einen... Meine Kekse. Bodenplanter. Dann haben wir automatisch Essen. Da werde ich mich jetzt drum kümmern. Animal Farm, hier ist der Planter. Hey, hab ich den nicht schon gemacht? Nee. Okay. Ich brauche schon wieder einen Steinofen. Cassie hat so viele Öfen gecraftet. Hab ich das? Ja. Aber ich weiß nicht mehr wann. Ich hab noch nicht viele Öfen gecraftet. Doch. Nein. Doch, du weißt es noch nicht mehr. Ich war das nicht. Ich sag ja, du weißt es noch nicht mehr. Ich kann noch nicht so Brain of K gewesen sein. Ich wüsste doch, wenn ich Stein verkraftet hab und ich weiß, dass ich das nicht gemacht hab. Doch, hast du. Hab ich nicht. Äh, oh Leute, ich kann die Quest nicht abgeben. Kann mal bitte jemand gucken, wer, ob jemand die Quest abgeben kann? Welche denn? Ähm, bei drittens... Das mit dem Weizen. Nee. Das hab ich schon geplädet. Hä, wo ist denn dann der Planter? Hier, oh, jetzt haben wir zwei. Egal, Cassie ist dran schuld. Warum bin ich jetzt schon wieder schuld? Weil du die es nicht werden kannst. Aua, die blöde Kuh. Ich kann mich nicht wehren. Warum nicht? Ich sagte von wegen, ich kann mich nicht wehren. Schön, dass mein Mikro manchmal Wörter einfach wegschneidet. Echt? No, das ist ne Sauerei. Der jetzt keine Fundaten... Äh, mit dem ich danke. Jaaaaa. Nein. Doch, nee, warte mal. Das war jetzt nicht für dich. Okay. Äh, wir produzieren gleich eigenständig Essen. Ähm. Äh, nicht für dich. Du musstest dir erst verdienen. Äh, fies. Ach, Cassie, nimm's nicht so tragisch. Jeder leidet Hunger. Deine mehr, der andere weniger. Aber das ist ne Ordnung. Ich find hier nicht mal mehr Kohle. Das ist in der Ärzte-Kiste. So schlimm ist das doch jetzt nicht. Wir haben keine Kohle. Na toll. Mir leid. Du musst schneller sieben. Dann hätten wir uns irgendwie ein System ausmachen können, wo wir irgendwie mehrere Siebs auf einmal benutzen können. Aber das geht ja anscheinend nicht. Äh, nee, das geht in der Version tatsächlich noch nicht. Okay, mein WLAN ist, glaube ich, gerade wieder am abkacken. Eins, zwei, drei Upgrades brauche ich. Hm. Hm, wenn ich noch ein bisschen Carbon habe. Wie ist das? Dann kannst du das einmal trinken. Dann kriegst du mehr Kohle und Dias raus. Ja, gut. Äh, wieso macht der nix der Knallkop hier? Range 7. Warten, warten. Hä? Ja. Ähm. Untertitelung des ZDF, 2020